Die Luft ist rein. Was? Ist das Freddy? Oh nein, er ist schon ganz nah. Schneller, ich muss die Tür schließen. Puh, gerade noch so geschafft. Nur das nicht. Zerspalt. Habe ich dich? Bitte nein. Bleib weg von mir. Jetzt entkommst du nicht mehr. Was? Lass mich hier raus. So schnell? Es geht nicht. Schau dir die Regeln an. Welche Regeln? Aha, ich hab's. Also zu entkommen muss ich zu Chica werden? Puh. Oh ja, die schönste und charmanteste von allen. Ich warte auf unser Treffen. Meine Liebe. Sie ist einfach perfekt. Ja, was für ein komischer Geschmack. Oh, da isst jemand. Komm raus. Ein Ei? Ich wurde geboren. Wow, das ist Chicas Küken. Sei vorsichtig, Baby. Hab dich. Wow. Wie viele hast du denn? Unglaublich. Tim, Tim, Chick. Wow, ich danke dir. Jetzt kann ich auf jeden Fall entkommen. Toll. Ich werde es irgendwo aufprobieren, wo ich es sehen kann. Hm? Was ist das für ein Geräusch? Ein Pokéball? Was macht der denn hier? So staubig. Ich frage mich, wer da drin ist. Lass es uns herausfinden. Kika? Ah, schlapp weg von mir. Oh, wow. Ein Ladegerät? Genau das, was ich brauchte. Wow. Zeit ist auf meiner Art zu stylen. Los an die Arbeit. Ich glaube, es ist ganz gut geworden. Stimmt's? Die erste Aufgabe ist erledigt. Wow. So cool. Was macht er denn da? Oh, Chika. Wie wäre es mit einem romantischen Abendessen? Stimmt etwas nicht? Tut mir leid, meine Liebe. Ich weiß, du legst Wert auf gesundes Essen. Ich werde es schon richten. Spitzenqualität. Bedien dich. Oh, sie wird sich riesig freuen. Aber es ist besser, sicher zu sein. Ah, erfrischend. Er meint es ernst. Ähm, störe ich etwa? Hm, ups. Ausgezeichnet. Zeit, die Gunst der Stunde zu nutzen. Ich hoffe, es gibt etwas Nützliches. Fertig. Mal sehen, was da drin ist. Ich glaube nicht, dass Freddy sich so sehr um sein Aussehen kümmert. Zeit für mein Makeover. Zuerst trage ich den Lütschatten auf. Rosa passt toll zu Gelb. Und hier kommt es. Wow, so hell. Jetzt brauche ich den Eyeliner. Cool. Und etwas Mascara für den Effekt. Und natürlich den Schnabel. Noch ein paar Details. Und das war's. Jetzt bin ich hier der Chef. Keiner kann mir sagen, was ich tun soll. Oh. Dumme Schwerkraft. Ah. Was ist das denn? Ah. Lass mich raus. Hast du das gemacht? Oh, tolles Make-up. Warte mal kurz. Dankeschön. Das ist meine Schminktasche. Du Fiesling. Gib sie zurück. Mach das nie wieder. Wie geht? Oh, ein Netz. Das werde ich brauchen. Zeit für die Schere. Cool. Das Oberteil ist toll geworden. Ein Letzchen. Ich glaube, das wird reichen. Einfach fabelhaft. Es scheint, als würde ich Fortschritte machen. Oh, meine süße Chica. Willst du mich heiraten? Oh, das ist so süß. Wo ist er? Ich muss ihn vergessen haben. Warte, mein Schatz. Ich bin gleich wieder da. Oh, Freddy ist weg. Hallo, Kumpel. Brauchst du Hilfe? Könntest du bitte ihren Schleier für mich holen? Wettgewacht. Das wird ein Kinderspiel. Ich hab's im Griff. Du warst mir eine große Hilfe. Danke. Gern geschehen. Was kann ich daraus machen? Ich hab's. Nur ein paar Stiche. Voila. Der Rock ist fertig. Toll. Ich kann eine weitere Aufgabe abhaken. Ich frage mich, was da drin ist. Ich muss es mir ansehen. Zeig mal her. Wow. Ich bin wieder da. Oh, was ist das? Sieht aus, als wäre es Freddy. Keiner kann sich vor mir verstecken. Genau das hab ich gebraucht. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich hab's. Ich hoffe, das funktioniert. Ich muss es versuchen. Zieh es fest. Das wird urkomisch werden. Mal sehen, ob deine Verkabelung das aushält. fertig. Hm. Ich konnte keinen besseren Platz finden. Ich werde es hier befestigen. Die Falle ist gestellt. Lass uns auf Freddy warten. Wo soll ich mich verstecken? Oh, hier wird er mich nicht bemerken. Er braucht so lange. Ich kann nichts hören. Und ich habe mir Sorgen gemacht. Oh nein. Das hab ich ganz vergessen. Ah. Nicht das. Ich bin ganz nass. Oh. Eine neue Frisur. Du schon wieder? Willst du fliehen? Das wird dir nicht gelingen. Zeit zurück in den Käfig zu gehen, Vögelchen. Glaube nicht, dass ich dich so einfach gehen lasse. Du machst mich noch verrückt. Bleib ruhig sitzen. Warum hab ich nur so viel Pech? Wow. Das ist perfekt für Chica. Ich werde die Zöpfe machen. Das ist so praktisch. Wow. Das sieht toll aus. Cool. Jetzt die andere Seite. Ich glaube, so wird es noch viel besser sein. Ha. Einfach wunderbar. Und ich fange an, es zu mögen. Ich werde ein paar Federn hinzufügen. So schön. Ein Tritt näher zur Freiheit. Mein Schatz. Ich habe eine Überraschung. Bedien dich. Alles ganz frisch. Iss. Ich habe eine Idee. Nimm das. Volltreffer. Ich glaube, damit kann ich etwas anfangen. Cool. Beinwärmer. Seid ihr bereit für ein Makeover? Lasst uns etwas Glitzer hinzufügen, damit es funkelt. Und noch mehr. Puh. Und jetzt mischen wir alles. Unglaublich. Es ist besser geworden, als ich es mir vorgestellt habe. So hell. Einfach schön. Und sie stehen mir. Und Chica auf. Ich sehe umwerfend aus. Was macht er da? Oh. Bist du alleine hier, Schönheit? Es ist nicht so, wie du denkst. Ja, sie ist der eifersüchtige Typ. Tja. Jetzt sind wir allein. Es scheint, als wären seine Schaltkreise durchgebrannt. Oh. Ich komme gleich wieder. So seltsam. Hm. Ich muss fliehen. Nimm das, Zelle. Oh. Fehlt an. Lasst uns euch anmalen. Hm. So hell. Jetzt mischen. Es ist toll geworden. Schöne Armbänder. Wow. Chica's Set ist fertig. Wow. Jetzt sind wir zwei Erbsen in einer Schurte. Wie wäre es mit einem zweiten Date? Meine Mikrochips. Was für eine Schönheit. Und wie sehe ich aus? Freddy. Du bist großartig. Komm schnell heraus. Danke. Darauf habe ich schon so lange gewartet. Warte. Ich glaube, so wird es besser sein. Probier die an. Oh. Aber warum? Ich will nicht, dass die Wachen uns erwischen. Vor allem nicht die beiden. Okay. Los geht's. Schneller. Sie haben keine Ahnung, dass wir hier sind. Sei vorsichtig. Das ist der Ort. Hier ist er. Ich rufe dich zurück. Was ist das für ein Geräusch? Michael, bist du das? Wer ist denn da? Aua. Genau ins Auge. Sei still, sonst bemerken sie uns. Das wird dir helfen. Probier es an. Das ist überhaupt nicht hilfreich. Ach. Mach auf damit. Lass uns hier abhauen. Hey, Victor. Jetzt reicht's. Oh nein. Freddy. Ah. Lauf. Dankeschön. Oh nein. Was haben sie getan? Hab keine Angst, Baby. Wir werden dich beschützen. Geschafft. Hier, Baby. Jetzt kannst du dein Haus bauen. Sieh nur. Der Plan ist so gut wie neu. Aber das Auge. Es fehlt. Was für ein Albtraum. Freddy, wir helfen doch, oder? Natürlich. Hier, blase es auf. Das funktioniert nicht. Was ist los? Hey. Hey, Baby. Wow. Du bist genau wie ich. Lass es uns jetzt versuchen. Chica, hat es geklappt? Ich habe eine bessere Idee. Wir werden sie jetzt aufblasen. Cool. Ich hab's dir gesagt. Wow. Ich muss mich anstrengen. Es hat geklappt. Was? Sie haben es schon geschafft? Das gibt's doch nicht. Und jetzt fügen wir die Schülerin hinzu. Wow, so cool. Freddy? Ich komme gleich nach. Wir müssen jetzt das Auge malen. Genau so. Ich lasse mich nicht von dir schlagen, Chica. Noch ein paar Striche. Wow, das ging aber schnell. Chica? Ich bin schon fertig. Wow. Hey, das Auge ist fertig. Jetzt setzen wir es ein. Einfach wunderbar. Ihr seid fantastisch. Toll gemacht. Was jetzt? Eine Rutsche wäre perfekt. Ich kümmere mich darum. Tschüss. Scheint so, als hätte ich es fast geschafft. Lass mal sehen. Du bist mein schnellstes Auto. Was ist hier los? Und jetzt die Rutsche. Wow. Cool. Oh nein. Wo ist es hin? Ich muss das Auto zurückholen. Wo kann es nur sein? Was soll ich jetzt tun? Ein Auto. Interessant. Ich habe einen Plan. Perfekt. Scheint zuverlässig zu sein. Los geht's. Oh, da bist du ja. Hey, warte. Wo willst du hin? Nur ein bisschen näher. Autsch. Ah. Perfekt. Der Plan hat funktioniert. Ich liebe es, nach dem Mittagessen zu schlafen. Entwarnung. Oh. Ich muss dich zudecken, bevor dir kalt wird. Und hier ist die Rutsche. Unser Baby braucht dich jetzt mehr. Los geht's. Mädchen, ich bin zu Hause. Psst. Freddy. Entschuldige, Schatz. Ich wusste nicht, dass das Baby schläft. Ich werde ganz leise sein. Du bist toll. Das war's. Die Rutsche ist fertig. Wollen wir es ihr zeigen? Unbedingt. Liebes, wach auf. Wir haben eine Überraschung. Sie schläft tief und fest. Lass es mich versuchen. Baby, wach auf. Hey, ab damit. Schon gut, ich werde es nicht mehr tun. Sei nicht sauer. Ich habe eine Idee. Benutzen wir ein Mikrofon. Das wird sie aufwecken. Also gut, los geht's. Und er wird immer. Wir wollen dir etwas zeigen. Und ich auch. Hey, könnt ihr etwas leiser sein? Wow, das habt ihr gemacht? Natürlich. Ihr seid so cool. Erinnert ihr euch an meinen Geburtstag? Was? Heute? Oh wow. Alles Gute zum Geburtstag, Sonnenschein. Und was willst du? Likes, viele Likes. Aber wie? Ach ja, richtig. Leute, bitte wünscht dem Baby alles Gute zum Geburtstag. Liked dieses Video, sie wird sich so freuen. Juhu, ein Regen von Likes. Lass sie weiterkommen. Und dann kriege ich ein Geschenk. Schreibt, wenn ihr Geburtstag habt und wünscht euch gegenseitig alles Gute zum Geburtstag. Oh schau, es ist riesig. Ich bringe es gleich mit. Baby, hier ist dein Geschenk. So meine Güte. Es ist so groß wie ein Haus. Wow, vielen Dank. Gern geschehen, Baby. Mach schon, du kannst es öffnen. Wow, cool. Vielleicht möchtest du mal spielen. Wow, na klar. Dann starte es. Also gut, ich werde einen neuen Rekord in diesem Spiel aufstellen. Ich habe den Boss fast erreicht. Ich glaube, sie ist glücklich. Gib mir fünf. Wo kümmern wir uns jetzt um das Fahrrad? Richtig. Warte, ich bin gleich wieder da. Ich hoffe, ihm geht's gut. Was soll ich tun? Oh, ich könnte einen Zylinder für das Haus machen. Einfach toll. Es muss doch etwas geben. Drähte? Da hat er sie also versteckt. Schatz, wir brauchen es auch nicht. Ist das alles? Wow, ein Kopfmassagegerät. Ich liebe es. Oh ja, so schön. So, das reicht. Endlich. Ich habe ihn gefunden. Aber ich glaube, er ist zu klein. Wie kann ich ihn dehnen? Oh, das ist nicht einfach. Schluss damit. Ich habe genug von diesem blöden Zylinder. Oh, er ist noch kleiner geworden. Ich habe eine Idee. Ich muss ihn aufblasen. Halte ich fest. Zeit zum Wachsen. Und was jetzt? Sieht aus, als würde es funktionieren. Ich kann sehen, wie er größer wird. Ich glaube, unser Haus wird damit toll aussehen. Geschafft. Was für eine Schönheit. Sieht gut aus. Hoffentlich merkt das keiner. Zeit, dass hier mal Ordnung herrscht. Oh nein. Was macht der denn hier? Ich mache das schon. Schau, sich. Ah, bleib weg von mir. Hilfe. Irgendjemand, bitte. Ah. Du hast dich vor einem Hut gefürchtet. Oh, er kommt zurück. Oh, das hast du toll gemacht. Danke, Haus. Mädels, ich bin wieder da. Ich habe es geschafft. Liebling Papa hat eine Überraschung. Warte einen Moment. Ich habe das Spiel fast beendet. Ich werde einen Rekord aufstellen. Vom Rumpf im Spiel. Süße. Hä? Reiß dich zusammen. Schau da rüber. Wow. Ein Fahrrad. Cool. Ich glaube, es gefällt ihr. Wie wäre es, wenn wir es dekorieren? Dann wird es noch besser. Was sagst du dazu? Los geht's. Tolle Idee. Hier. Der Sitz ist fertig. Gut gemacht. Perfekt. Das ist auch für dich. Toll. Ich kann es benutzen. Sieht gut aus. Cool. Oh ja. Nur noch das Gesicht. Befestige es schneller. Perfekt. Mein Fahrrad ist fertig. Ich muss es testen. Super. Ja. Tolle Arbeit. Schatz. Unser Haus braucht auch Ohren. Sag nichts mehr. Du bist so toll. Ich bin schon da. Hier sind die Ohren. Aber sie sind zu klein. Sie werden nicht passen. Und was machen wir jetzt? Ich weiß es. Schätzchen. Sehr vorsichtig. Perfekt. Ist das besser? Perfekt. Die Ohren sind fertig. Toll gemacht. Gib mir fünf. Ich bin so glücklich. Heidi. Warte. Ihr könnt mich nicht fangen. Schneller. Lass uns ihr folgen. Bin schon dabei. Ich bin gleich wieder da. Hoffentlich geht es gut aus. Oh. Und ich werde einen Zorn bauen. Auf geht's. Zuerst markieren wir ihn. Lass uns das erste Brett aufzeichnen. Perfekt. Ich habe etwas vergessen. Stimmt. So wird es einfacher. Oh. Komm schon raus. Seltsam. Ich habe eine Idee. Wir brauchen mehr Energie. Oh ja. So viel Energie. Ich fühle mich viel stärker. Pass auf. Check. Was sagst du jetzt? Juhu. Ich habe es geschafft. Jetzt ansprühen. Perfekt. Wir können es einbauen. So. Völlig anders. Der Zorn ist fertig. Großartig. Noch einmal. Wow. Jetzt müssen wir uns keine Sorgen mehr um das Baby machen. Das habe ich ja toll gemacht. Schatz. Wir haben uns dafür Sorgen gemacht. Leute. Schaut, was ich gemacht habe. Oh. Toll gemacht. Oh. Da ist ein Zaun. Jetzt kannst du nicht mehr schneller fahren. Es hat geklappt. Hast du es gesehen? Na klar. Cool. Genialer Plan. Aber wir sind auch nicht fertig. Was? Ich mag das schon. Ich hole die Waffe und die Sache ist erledigt. Dann wollen wir mal sehen. Ich kenne diesen Blick. Ich komme euch holen. Bitte nicht. Ich flöre dich an. Es ist zu spät. Aha. Ich werde mit jedem fertig. Wo willst du hin? Habe ich dich. Jetzt komm mit mir. Wo ist er hin? Oh nein. Er hat mich ausgetrickst. Ich bin so wütend. Gut gemacht, Partner. Mach die Tür zu. Ciao, ciao. Oh, diese Schurken. Das war eine Falle. Was soll ich tun? Ich stecke in Schwierigkeiten. Warte. Es ist ein Bedienfeld. Mach auf. Komm. Loser. Sie werden dafür bezahlen. Die ist da rausgekommen. Pass auf. Er kann sehr nah sein. Entwarnung. Das ist wegen dir. Warum? Warum hast du ihm nicht einfach alle Schlüssel gegeben? Nimm sie. Pass auf. Lass uns die Kameras beobachten und ihn finden. Oh, ich glaube, das ist er. Nimm das Funkgerät und berichte, was du siehst. Ich werde gehen. Okay, du brauchst nicht wiederzukommen. Das wird ihn definitiv aufhalten. Mein unsichtbares Netz. Ja, wer hat ihn angeheuert? Ich beginne die zweite Etappe. Es ist besser, sicher zu sein. Der Schleim wird reichen. Oh nein. Er ist ganz nah. Gabby, dreh dich um. Er ist direkt hinter dir. So klebrig? Ja? Oh, Freddy. Wir treffen ganz wieder. Gabriel, reite dich. Tu es nicht. Es ist so traurig. Hä? Ich bin gerettet. War auch Dinge zu erfinden. Oh, dein Gesicht. Ah. Nimm einfach das Netz. Ich muss weg, schneller. Bleib erst mal hier. Habe ich es wirklich getan? Wow. Was für ein Tag. Hey, warte. Glaub nicht, dass du so einfach weglaufen kannst. Du hast ihn wirklich wütend gemacht. Aua. Hast du die Waffe genommen? Yes. Oh, sie ist weg. Lass uns die Kameras überprüfen. Vielleicht habe ich sie zu Hause vergessen. Ah. Ich muss hier raus. Was ist das? Hm. Was könnte das bedeuten? Groß? Klein. Ich werde es versuchen. Wow. Es hat geklappt. Wow. Das ist eine coole Waffe. Okay. Ich werde nicht hierbleiben. Das war einfach. Jetzt muss ich mich nur noch bei den Jungs bedanken. Oh. Wie sind sie? Danke. Ich komme ja schon. Sie zu äußerst hätten wir ein Problem. Wie konntest du nur? Ich hatte Angst. Ich werde dich noch mehr erschrecken. Droh mir nicht. Oder was? Oh, du. Spiel nicht mit mir. Du? Freddy? Was machst du denn hier? Oh nein. Ah. Rette dich. Oh wow. Sind die Jungs okay? Er kommt. Ich werde so tun, als wäre ich ein Spiegel. Hä? Wer ist dieser hübsche Kerl? Dann bist du der Erste. Nein. Warte. Die Dämmerung. Wir haben es geschafft. Es hing alles am seidenen Faden. Wir haben noch vier Nächte. Wir müssen sie erschrecken. So. Aha. So gruselig. Jackpot. Das ist nicht lustig. Er wäre fast abgestürzt. Hm. Sieh sie dir an. Ich muss euch warm raten, meine Mini-Chicas. Das war's. Wir können gehen. Aha. Aha. Wachtmeister Gabriel ist da. Oh. Da sind sie. Sie sind so cool. Alarm. Wir müssen hier raus. Versuchen wir es. Wo sind alle Babys? Ich hab euch nie gesehen. Es ist so furchtbar. Reiß dich zusammen. Okay. Lass uns den Federn folgen. Dann kommen wir dahin, wo der Dieb ist. Los. Ich bin mir sicher, dass es die Wachen waren. Wenn ich sie nur erwischen könnte. Die Gleise hören hier auf. Und du? Eine Bewegung mehr und ich mache ein Omelett draus. In den Käfig. Und keinen Blödsinn. Du hast bloßes Glück. Oh. Ah. Das Ei. Nein. Es gehört mir. Puh. Ich hab es gefangen. Ich auch. Aber ich habe dich erwischt, Freddy. Und meinen Streit zurückbekommen. Jetzt wird er dir nicht mehr helfen. Ich gebe dir einen Vorsprung, Wächter. Wie lange muss ich hier noch sitzen? Es ist langweilig. Hallo Ticker. Ich kann nicht raus. Lass mich dir helfen. Okay. Nimm den Schlüssel. Ich habe ihn. Hier. Ticker, ist das der Schlüssel? Ich weiß es nicht, aber die Tür wird sich öffnen. Halt dir lieber die Ohren zu. Drei. Zwei. Eins. Runter. Wo ist der Boden? Vielleicht ist er feucht? Hey, Arbeit. Ah. Mein Kopf. Wie ist das möglich? Warte, ich habe die Eier gefunden. Schau mal. Meine Babys. Ich bin bereit, alles für euch zu tun. Sie werden uns nicht mehr trennen. Wir können gehen. Lass uns gehen. Ich kann nicht glauben, dass sie es getan haben. Wie denn? Ich bin noch gar nicht so weit. Ich glaube nicht, dass er herkommt. Oh nein, er kommt. Ich muss reingehen. Na und? Hör auf, mit mir verstecken zu spielen, Gabriel. Ich muss zuerst reinkommen. Oh. Bleib weg von mir. Oder was? Ich werde dich zwingen zu gehen. Geh. Nimm alles, aber bleib weg von mir. Du hast mir eine Waffe gegeben und verlangst von mir, dass ich gehe? Daran habe ich gar nicht gedacht. Das war also der Grund. Ich bin jetzt in Sicherheit. Hier kriegst du mich nicht. Dummer Animatronic. Loser. Dumm? Du sagst mir, dass ich dumm bin? Das ist nicht fair. Nun bist du mein Gefangener. Es wird Zeit, dass ich wieder groß werde. Es klappt alles. Sieh ihn dir nur an. Ich glaube, das ist die beste Nacht. Sieh dir diesen erbärmlichen Kerl an. Er wird verlieren. Okay, versuch es mit 74. Bewischt. Ich hoffe, ich verliere es jetzt nicht. Oh ja, ich habe es fast. Wuhu. Ich bin frei. Das war zu einfach. Was? Warum geht sie nicht auf? Räh. Lass mich raus. Ah. Uah. Ich vergesse immer, wo es lang geht. Auf Wiedersehen im Gefängnis. Wo ist er nochmal? Ich überprüfe die Kameras. Peekaboo. Ah. Ich glaube, das ist nur meine Einbildung. Die Nachtschichten sind nicht gut für mich. Okay, einfach weitermachen. Warte. Was ist das? Ah. Oh nein. Ah. Oh nein. Ah. Sie sind überall. Ich hoffe, sie finden mich hier nicht. Ist jemand zu Hause? Hoffentlich hilft die Taschenlampe. Was? Keiner da. Ist das alles eine Vater Morgana? So seltsam. Habe ich dich? Oh nein. Oh nein. Lass mich los. Gabriel, Hilfe. Hilfe. Ich bin schon da. Wo ist deine Hose? What? Du bist immer noch nicht angezogen. Was? Oh. Moment. Willst du mich verarschen oder was? Ich habe genug. Hilfe. Ich bin schon da. Ich halte dich fest. Ich werde ihn nicht so einfach kennenlernen lassen. Nur noch ein kleines Stückchen. Ah. Vielleicht das. Geht's dir gut? Ich glaube schon. Und das ist erst die zweite Nacht. Was? Es ist noch nicht mal die Hälfte. Ich steige aus. Oh. Okay, geh. Ich habe einen besseren Kandidaten. Sie sind wieder hier. Und dieser Typ hat eine tolle Erfolgsbilanz. Es ist Zeit, Verstärkung zu rufen. Hallo Michael, wir brauchen dich. Hey, komm rein, Neuling. Hallo, ich bin bereit für den Dienst. Tolle Einstellung. Hey, was ist das für ein Geräusch? Das ist komisch. Hey, was ist mit den Kameras los? Hast du das auch gesehen? So gruselig. Wir müssen es uns ansehen. Ach, es ist ja furchtbar. Mach die Luftschleuse zu. Das war knapp. Toll. Jetzt bist du dran, alles zu kontrollieren. Ich werde nicht gehen. Komm schon schneller. Du gehst. Auf keinen Fall. Was kann dir schon passieren? Okay, ich bin kein Fackling. Ah, ich bin blind. Ich hoffe, es wird alles gut. Es ist noch nicht gruselig. Ach, Wimpe. Halte durch, ich hole dich raus. Gib nicht auf. Danke, Partner. Mach zu. Puh, das war knapp. Er hat mir fast das Bein abgerissen, aber du bist gerade noch rechtzeitig gekommen. Ich wette, das hat wehgetan. Lass mich die Wunde versorgen. So ist es besser. Ja, ein bisschen. Das wirst du brauchen. Du hast mir wirklich geholfen. Schau dir die Zeit an. Wir haben die erste Nacht überstanden. Wow. Super gemacht. Markieren wir es in unserem Kalender. Voilà. Fertig. Nächste Nacht. Freddy, wir haben ein neues Ziel. Mal sehen, wie lange sie durchhalten. Keiner hat je alle fünf Nächte überlebt. Ich glaube nicht, dass sie etwas Besonderes sind. Wir werden sie in unsere Sammlung aufnehmen. Ich bin schon vorbereitet. Sieht lecker aus. Stopp. Das ist nichts für dich. Bist du auf Ärger aus? Warum bist du so nervös? Mach mich nicht wüten. Aua. Mein Kopf. Das wirst du berein, Chica. Du hast anscheinend vergessen, wer ich bin. Was erwartet, Freddy? Entspann dich. Wir haben Wichtigeres zu tun. Also, wer ist dieser Typ? Entwarnung. Und hier auch. Jetzt die Halle. Oh nein. Was? Michael, komm her. Freddy wird uns heute nicht in Ruhe lassen. Gabi, dreh dich um. Er macht alle Kameras kaputt. Was für ein Schurke. Und was sollen wir jetzt tun? Wir müssen uns auf diese Nacht vorbereiten. Ich weiß. Lass uns die Ersatzkameras aufstellen. Sieh mich nicht so an. Ich habe ein Problem mit meinem Bein. Und mein Herz tut weh. So ein Feigling. Okay, ich mach's. Das tut weh. Hör auf, dich zu verstellen, Lügner. Es hat geklappt. Ja, das ist mein Traumpartner. Na und? Muss ich so hochklettern? Ich werde es nicht erreichen. Da hilft auch mein Sprung nicht weiter. Danke. Jetzt werde ich es richtig schnell machen. Und warum war Gabi so verängstigt? Da hast du's. Kannst du mich sehen? Gabi, hallo. Coole Strecke. Das war einfacher, als ich dachte. Was? Freddy? Bist du da? Ah! Lass los. Was ist hier los? Michael, komm doch raus. Schneller, er ist ganz in der Nähe. Lass mich los. Er kann mich nicht hören. Michael, lauf. Ich kann mir das nicht ansehen. Nichts wird uns helfen. Morgen? Perfektes Timing. Es ist nicht mehr meine Schicht. Puh. Ja. Wer ist das? Ein Wächter? Er könnte helfen. Ich muss ihn anrufen. Hallo, Mr. Huggy. Ich brauche einen Wachmann. Ah! Mein Herz ist fast stehen geblieben. Wirst du mich vor ihm beschützen? Ist das Freddy? Ich bin schon so lange auf der Suva nach ihm. Wow! Was für ein Schlag. Ich schlage ihn in zwei Sekunden K.O. Ha 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 ha. Hey, Huggy. Dreh dich um. Was? Da bist du ja. Hab keine Angst, Gabby. Puh. Verlierer. Was willst du jetzt machen? Ich brauche nur einen Sparing-Partner. Und das nennst du einen Schlag? Mein Arm. Er ist gebrochen. Du hast zu schreien. Der Kopf wird explodieren. Aber nicht beinahe. Drei Punkte. Du bist ein echtes Monster. Bitte. Tu mir nicht weh. Es ist zu spät, Gabriel. Hau ab. Aua. Bitte hör auf. Umarmung. Tut mir leid. Kia. Was hast du getan? Ich kann nichts sehen. Mein Gesicht. Es ist Zeit, rauszugehen. Sei einfach still. Was willst du von mir? Bist du bereit, Chica? Dann lass uns loslegen. Was? Wie viele Typen sind hier? Alle Taschen, die wir hatten. Deshalb suche ich immer nach ihnen. Okay, das war's. Hey, lass mich los. Keiner wird einen Schrei hören. Egal, wie sehr du dich anstrengst. Du weißt, was mit den vorherigen Wächtern passiert ist, oder? Und das gleiche wird mit dir passieren. Hast du das letzte Wort? Noch eins. Ich werde nicht aufgeben. Das war mein Fehler, Kumpel. Hast du die Hühner-Tollwuch? Das du jetzt an Schwierigkeiten hast. Oh. Hör auf. Was? Es ist morgen. Wow, ich bin der geborene Überlebenskünstler. Es ist Zeit, von hier zu verschwinden. Hey, Gabby. Bist du hier? Und wo ist Gabby? Das ist die dritte Runde. Warte mal, das ist... What? Oh, du bist pränklich. Chica macht schick-chick. Oh nein. Hab keine Angst. Es wird schnell gehen. Nun nein. War auf zu rennen. Es ist Zeit, zu campen. Ah, genau eins. Okay. Das ist mein Markenzeichen. Ich glaube, du brauchst das jetzt mehr. Danke. Hey. Viel Glück. Mach's gut. Oh nein. Ist das Freddy? Hey. Hi, Gabby. Wo warst du? Michael, ich bin so froh, dich zu sehen. Du warst die ganze Nacht weg. Endlich ist es morgen. Wir können einen weiteren Tag abhaken. Jetzt bist du dran. Danke für dein Vertrauen. Haben wir wirklich nur noch eine Nacht? Hey, Freddy. Ich heiz nicht mehr aus. Lass mich in Ruhe. Ich bin auch verschöpft. Puh. Ich muss mich ausruhen. Was? Meine Zeit zum Ausruhen. Wir müssen uns auf die letzte Nacht vorbereiten. Du willst doch nicht, dass wir scheitern, oder? Und was glauben diese Wächter, wer sie sind? Mit deinem neuen Upgrade werden sie uns nicht aufhalten. Tritt dich, Chica. Oh, mein Gott. Ah. Lass sie uns zerquatschen. Hm. Viel besser. Ah. Nur nicht jetzt. Ist er wirklich zurück? Hey, Kevin. Ich bin da. Hallo. Puh. Jetzt erschreckst du mich nicht mehr. Und wie ich dir gesagt habe, hier ist kein Freddy. Hey. Wage es nicht. Das ist meins. Gib mir einfach die Bilder. Nein. Hör auf damit. Du machst mir Angst. Hier sind sie. Du wirst sie nicht mehr sehen. Warum? Freddy. Hey, du. Was? Ah. Freddy. Hilfe. Wow. Ich sehe, du bist ein echtes Talent, Baby. Jetzt gehörst du zur Familie. Was? Danke, Freddy. Ich bin so glücklich. Was für eine Verräterin. Das werde ich ihr nie verzeihen. Was ist der Plan? Folgt mir. Ich zeige euch alles. Das ist euer neues Zuhause. Es wird gemütlicher sein. Gefällt es euch? Wow. Da sind so viele Sachen. Was ist denn das? Meinst du das hier? Ich zeige es dir jetzt. Wow, so cool. Unglaublich. Ist das ein Drucker? Mal sehen, was da steht. Das Handbuch. Kann ich auch zu Freddy werden? Das würde ich gerne. Ich denke, wir sollten mit dem Schminken anfangen. Oh, das ist ja wunderbar. Du bist toll. Ein großer Freddy. Was ist hinter deinem Ohr? Aha. Die Farben. Die brauchen wir. Alle Farben sind da. Beweg dich nicht. Okay. So süß. Das gefällt mir schon. Leute, was sagt ihr? Cool, was? Freddy? Wo bist du? Äh. Ängstlich? Hab keine Angst. Oh. Hahaha. Oh, willst du mir das auch beibringen? Na klar. Zeig mir deinen Schrei. Äh. Nein, 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 nein. Probier es mit Chica. Okay. Puh. So lecker. Nein, nein, nein. Ich zeige es dir. Reiß dich zusammen und erschöcke. Oh nein. Was für ein Horror. Ah. Hahaha. Chica. Du bist so witzig. Haha. Du bist so witzig. Haha. Okay. Ich muss los. Liefertermin. Was? Freddy, warte. Gehst du da rein? Oh. Du passt da nicht rein. Tschüss zusammen. Oh. Du hast deinen Kopf vergessen. Lass ihn nicht zu Hause liegen. So ist es besser. Gut. Jetzt ist alles bereit. Freddy, komm her. Das ist für dich. Geh jetzt. Moment mal. Ist das Mädchen zurück? Hat sie etwas vergessen? Das ist verdächtig. Ich schließe besser die Türen. Ich frage mich, was sie vorhat. So seltsam. Nur die Lieferung? Mal sehen, was da drin ist. Wow. So schwer. Komm schon. Oh. Das wird nicht gut enden. Puh. Ich frage mich, was da drin ist. Was für ein Geruch. Es muss etwas Leckeres sein. Guten Appetit. Ah. Wir müssen hier raus. Schneller. Haha. Du bist frei, Baby. Lass uns nach Hause gehen. Hey, Baby. Oh, das ist nicht wirklich praktisch. Ich muss mich ausruhen. Wie ist es gelaufen? Ich habe beschlossen zu putzen. Das ist toll. Ich werde mich ausruhen. Fühlt sich so gut an. Was machst du da? Warum mache ich hier überhaupt sauber? Tut mir leid, Schicka. Okay. Aber das war das letzte Mal. Pups. Ein Missverständnis. Mach dir keine Sorgen. Das passiert. Und was machen wir jetzt? Ich räume auf. Hm. Vielleicht kann ich das machen. Oh. Einfach wunderbar. Wow. Baby. Komm her. Baby. Was? Wow. Was für ein Kostüm. Ja, aber ich habe das andere Baby gerufen. Okay, ich hab's. Was, Mama? Wow. Danke. Das ist noch nicht alles. Wow. Ein Kostüm. Warte mal. Ich muss es anprobieren. Einfach toll. Sieht perfekt aus. Hm. Huh. Sieht gruseliger aus. Das ist also ihr Versteck. Wie eklig. Sie stehen da und erschrecken sich gegenseitig. Übrigens, wir haben sie auf unserer Checkliste. Lass es uns versuchen. Wie gefällt dir meine? Was denkst du? Sie ist zu groß. Ich kann nichts sehen. So lustig. Das klappt nicht. Hey Kumpel. Kannst du uns helfen? Bitte. Hey. Okay, das reicht jetzt. Ich rede mit dir. Das Baby braucht seine eigene Maske. Hilfe. Das ist unfair. Aber ich habe eine Idee. Chica. Ja. Kann ich eine Feder haben? Danke. Genau das habe ich gebraucht. Hey Freddy. Hör auf. Das wird Zeit. Okay. Danke. Du bist der Beste. Es hat geklappt. Oh. Chica. Danke. Du kannst sie wieder haben. Danke. Toll. Ich glaube, ein Hut kann nicht schaden. Das ist es. Wir müssen ihn nur noch mit einer Schleife verziehen. Warte mal kurz. Ich hatte die Augenbrauen. Perfekt. Scheint gut zu sein. Chica. Oh. Cool. Wir müssen dem Baby die Maske geben. Oh. Ich bin so hungrig. Oh. Chica hat es vergessen. Und wie soll sie es essen? Dieses Getreide geht nicht. Hallo zusammen. Freddy. Bedien dich. Ich habe ein Geschenk für dich. Eine Maske. So cool. Ich liebe dich so sehr. Mir ist gerade eine Idee gekommen. Hey Großer. Hol sie dir. Ich glaube, es wird dir gefallen. Das ist kippig. Wow. Diese Ohrringe sind so süß. Ich habe dich angeschaut und mich an sie erinnert. Was für eine Schönheit. Cool. Ich mag sie auch. Und du, Freddy? Du siehst toll aus. Oh. 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 Was? Warte. Was ist mit deinen Schuhen? So kannst du nicht herumlaufen. Warte. Das ist langweilig. Ich schlafe jetzt ein. Nichts Neues. Ich glaube, ich kann jetzt schlafen. Siehst du, Träume ist hart und Kevin. Oh. Einfach wunderbar. Das ist gut. Er scheint zu schlafen. Er geht nicht auf. Ich glaube, wir können es gebrauchen. Ich habe eine Idee. Ich mache ein paar lustige Selfies zur Erinnerung. Das ist lustig. Oh. Diese Pfoten sind perfekt. Hey, gib sie zurück. Toll. Ich glaube, das wird dir besser stehen. Lass es uns anprobieren. Wahnsinn. Du bist wunderschön. Wache auf und strahle. Ah. Warum ist es dunkel? Hm. Sieht ernst aus. Das gefällt mir. Freddy? Ciao, ciao. Und danke für den Pfoten. Ach du. Komm her. Oh. Ich glaube, ich habe mir die Fase gebrochen. Oh nein. Dieser Freddy macht immer Ärger. Was? Träume ich immer noch? Das war's. Schluss damit. Aha. Ich habe dich. Ah. Lass uns zusammen tanzen. Was? Sei nicht schüchtern. Ich führe. Wow. Lass mich dich küssen. Oh. Ich werde rot. Und jetzt? Keine Hände. Ah. Das war der beste Tanz meines Lebens. Oh, Chica. Chica? Wo ist sie hin? Oh. Ich dachte, das wäre wahre Liebe. Ah. Hey, Abonnenten. Habt ihr meinen Zwillingsbruder gesehen? Baby, bist du beschäftigt? Ich habe etwas für dich. Wow. So weich. Danke, Freddy. Ich habe auch ein Geschenk. Die Handschuhe. Wow. Toll. Perfekt. Ich glaube, du bist bereit. Chica bringen den Wächter. Ich hab's. Lass ihn uns erschrecken. Ja. Ich bin voll dafür. Frage mir. Jetzt erschrecke ihn. Wie wir es gelernt haben. An der Arbeit. Ja. Oh, Chica. Oh. Er ist so nervig. Oh. Du bist so süß, wenn du wütend bist. Komm zu mir. Oh. Oh, ich hab's. Oh. So gruselig. Oh. Ruf mich an, Schönheit. Ruf jederzeit an. Au revoir. Ja. Sogar Kevin hatte keine Angst vor mir. Willst du üben? Ah. Oh, ich habe die Kallen vergessen. Das wird sie bestimmt aufmuntern. Und die Handschuhe sind sehr praktisch. Wir brauchen eine Tasse. Lass uns anfangen zu schneiden. Hauptsache, du schneidest dir nicht in den Finger. Los geht's. Wir haben alles vorbereitet. Lass uns die Rohlinge schwarz anmalen. Das ist noch gruseliger, denn jetzt kombinieren wir sie mit Handschuhen. Wir können ein paar Dritte verwenden. So. Sieht gut aus. Ein bisschen mehr hier. Die Krallen sind bereit. Jetzt wird das Baby noch furchteinflößender werden. Danke, Freddy. Sie stehen dir sehr gut. Wow, so scharf. Die Ruh. So ist es besser. Ruh. Es hat geklappt. Sehr cool. Komm, zeig es ihm. Ah. Ich hoffe, sie ruft an. Oh. Ist Freddy wirklich hier? Ah. Schneller. Ich muss mich verteidigen. Komm nicht näher. Er ist verschwunden. Puh. Das war knapp. Ich muss die Türen schließen. Vielleicht ist er weg. Puh. Ich dachte, das wäre das Ende. Aha. Ah. Was ist das? Lass mich los. Bitte. Ich muss hier raus. Ah. Ich bin geflohen. Wie spät ist es jetzt? Morgen? Ich bin so glücklich. Oh. Das reicht. Hallo. Wo ist meine Ablösung? Hey, Kollege. Da bist du ja. Jetzt bist du dran. Aha. Ich glaube, es ist Zeit für mich in den Urlaub zu fahren. Ich habe ihn auf jeden Fall verdient. Viel Glück, Partner. Dir auch. Bonita. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Bis zum nächsten Mal.